...gleich nach vorne, das sogenannte Nash-Leich-Gedicht nach John Nash. Haben Sie mal ein Beautiful Mind gesehen? Das war der Mensch, äh, netter Typ, ein bisschen strange. Was decken Sie mich eigentlich? Sie haben mich gefragt, ob Sie das durften, und ich habe Nein gesagt! Raus! Das ist unerhört! Ich gehe jetzt wieder auf den Führerbeilkorn. Damit hat man die Dage, dafür höre ich nämlich auch die Stimme. Sie gehen jetzt sofort aus diesem Hörsaal raus. Sie auch. Sie haben mich gefragt. Ich habe gesagt, ich lasse das nicht zu. Sie machen hier keine Spielchen. Es ist verdammt schwer, vor 700 Leuten zu stehen und Handelskoherenz zu reden. Und dann nervt es verdammt, wenn da oben eine Show gemacht wird, und ich versuche mich zu konzentrieren, wenn ich aufpasse, was da oben für ein Scheiß passiert. Noch irgendjemand dabei? Und dann der perfekte RCD erst noch mal was von mir will. Dann sage ich nicht nur auf Prinzip Nein, weil ich keine Parteiveranstaltung hier will, egal von welcher sie kommen. Sondern ich sage auch Nein, weil ich dieses Gehaltnis im Kotzen fände. Schönen wir nicht so ausbrechen. Applaus 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 Vielen Dank.